Ich hab dir einen Gefallen getan und du tust mir einen Gefallen. Es soll doch kein Geschenk sein. Es ist kein Geschenk. Ich hab dir einen Gefallen getan und ich möchte jetzt 20 Pistolen haben. Ganz einfach. Schau mal, wir können einfache Politik fahren. Entweder ich fick dich und ich fick dich so hart, bis du mir den Gefallen gibst. No, no. Si, 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 ta mère travaille pour moi. Oui, même, même, même 2 mois, même 2 mois. Je veux niquer toute ta famille, je veux niquer toute ta famille dans 2 mois, ta famille va même pas existir. Digger, früher hatt' ich nix, ey. Digger, früher hatt' ich nix, ey. Digger, früher hatt' ich nix, ey. Heute fahr' ich durch Beverly Hills, ey. Fahr' ich durch Beverly Hills. Diese Bild, Digger, will dann nur mich. Diese Bild, Digger, will dann nur mich. Digger, kauf' mir jetzt Gold in die Grips, ey. Boah, verdammt, nach vorne so Dates. Boah, Junge! Wo bist du? Ey, bleib mal kurz wach, geht mal noch nicht schlafen. Boah, die meisten sind schon weg, Bruder. Inticam ist doch tot, Bruder. Inticam ist schlafen, ne? Ja? Ja, ich weiß. Wir gehen zu La Haine. Falls es dort eskaliert, weil er ist so'n Typ, den ich nicht mag. Jungs, wir sind noch 13 Leute da, Digger. Blast' alles. Okay, ihr habt's gehört. Ey, ihr sollt' alle noch hierbleiben. Ja, Bruder, ey. Hallo. Bruder, ey. Maffier werden dich doch schon mal geblitten. Nicht hier einfach reinzufahren, oder nicht? Alles gut. Boah, was kann ich für dich tun? Ich hatte ein interessantes Gespräch, ja? Was hat's so für ein Gespräch? Kann es sein, dass wir beide ein Problem haben? Aber wie kommst du denn darauf? Na ja, du hast auf meiner Route gearbeitet. Mhm. Und nachdem du auf meiner Route gearbeitet hast, und ich nicht mehr die Route hab, bist du einfach weggegangen. Ja, das ist richtig, Freya. Du hast dich nicht bedankt. Dazu kann ich dir Folgendes sagen. Ich hab' mich... Also, ich bin auf jeden Fall immer noch dafür dankbar. Wie gesagt... Sehr gut, wenn du dafür dankbar bist, mach' ich jetzt einen Gefallen von dir. Welchen Gefallen willst du? Ich brauch' 20 Pistolen. Du brauchst 20 Pistolen? Ja. Das ist leider nicht machbar. Das ist machbar, ich weiß, dass du 20 Pistolen hast, es ist machbar und du wirst das machen. Ich hab' dir einen Gefallen getan und du tust mir einen Gefallen. Ich glaub' nicht. Nur weil ich und Lloyd die einzigen Leute sind, die hier noch in Davis zu dir halten. Mhm. Denk' nicht, dass wir die einzigen Leute sind, die nichts gegen dich tun würden. Wir sind gerade nicht stark. Wir haben gerade nicht viele Männer. Hab' ich gemerkt, deswegen willst du ja meine. Deine? Nein, nein, nein. Ich musste nur herausfinden, ob das wirklich stimmt mit Gashi. Auf jeden Fall. Ja. Aber das ist gut zu wissen. Das ist stimmt. Was ist denn mit Gashi? Der ist bei Lahen. Du weißt, was für einer das ist. Ja, ein Snest. Spielt keine Rolle. Jeder hat seine Geschichte, Fred. Okay, das spielt keine Rolle. Deswegen sind wir nicht hier. Wie gesagt. 20 Waffen. Wie gesagt, nein. Ich hab' dir einen Gefallen getan. Ich hab' dir einen Gefallen getan. Du tust mir jetzt diesen Gefallen. Hast du uns 20 Waffen gegeben? Ich hab' euch Arbeit gegeben, als ich keine Arbeit geben wollte. Du hättest auch nein sagen. Aber ich hab' dir geholfen. Gefallen doch von Cortis bekommen. Richtig? Nein. Stimm nicht. Er hat mir die Hand gereicht. Sei leise. Rede vernünftig. Ich bin ganz freundlich. Ähm. Ich bin ganz freundlich. Sehr. Er hat mir die Hand gereicht. Und dem ist auch so. Aber ich bin ein Mensch, nur weil ich jemandem die Hand reiche. Es gibt so ein Sprichwort. Erwähne nicht, was du jemandem schenkst, weil sonst ist das kein Geschenk mehr. Es soll doch kein Geschenk sein. Es ist kein Geschenk. Ich hab' dir einen Gefallen getan und ich möchte jetzt 20 Pistolen haben. Ganz einfach. Und den löst er jetzt ein. Wo liegt das Problem? An der ganzen Geschichte. Du sollst es ihm dann nicht schenken. Also du sollst es ihm dann merken, wo die sind. Sondern verkaufen. Nein. Du gibst sie mir. Und ich gebe sie dir wieder zurück. Ganz einfach. Er will's nur ausgeliehen bekommen. Damit wir vom Kali in den Arsch gefickt werden. Richtig? Wieso? Bist du ne Snatch? Ne, wir nicht. Aber vielleicht dir. Was hast du gesagt? Vielleicht dir. Ein kleines Stück Scheisse. Nicht jeder ist so wie du. Ja so. Halt du deine Fresse auf dem Bike. Wenn du rausfährst, bist du eher ein Toter Mann. Hat er gerade geredet? Bloß weil Mason eine Million Mal besser schießen kann als du. Hat er gerade das Leben gesmatcht. Ja stimmt. Deswegen war's. Genau deswegen hab ich was gemacht. Wer ist das neben Gläut? Das Mafia. Wer ist das? Mafia. Immer noch. Aber was hat er da zu sagen? Ich weiß nicht, woher du diese Infos hast, ja? Ich hab so einige Infos. Ach so, ja macht Sinn. Was ist los? Wer bin ich? Wer bin ich Bitch? Wer bin ich? Wer bin ich Bitch? Komm lauf, lauf, lauf. Ich jag dich durch deine eigene Hood. Komm Bitch. Was ist los Bitch? Was ist los Bitch? Was ist los? Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Komm sag mir Bro. Sag mir, wer bin ich Bruder? Wer macht das Auto? Durch deine eigene Hood jage ich dich. Wie ne kleine Bitch jage ich dich. Wie ne kleine Bitch. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Wer bin ich? Wer hat das Auto zugemacht? Komm, wer bin ich Bruder? Wer bin ich? Komm. Piss dich man. Kleine Bitch, was du bist. Ein Gefallen. Seid ihr uns schuldig. Sieso, wo bist du? Kleine Bitch, ich schlag dir nach euch schon da auf die Hälfte. Kommt jetzt wieder zurück. Ihr habt doch genau so durch uns Geld gemacht oder nicht? Haben wir nicht. Ja, wie habt ihr nicht? Wir haben nicht alles verkauft. Schau mir, tu mir einfach den, tu mir einfach den Gefallen. Mach einfach was ich dir sage. Nein. Ja, mit ihm soll ich nicht reden, soll ich mit dem OG reden. Jetzt kannst du mit ihm reden. Was ist los, Bitch? Ich kann provozieren, das verstehe ich nicht. Hat doch, dein Kollege davon. Sicher, ich provoziere? Nachdem er zu mir sagt, dass ich ein Niemand bin. Sicher, Bro. Nein, er hat gefuckt. Vielleicht kennt er dich ja nicht. Ja, er kennt mich gut genug, er hat meinen Dick geradet, bevor er es euch gab. Ja, ja, jetzt wisst ihr es. Okay, redet doch nicht über so unnötige Scheiße. Ein Gefallen für ein Gefallen. Ihr wolltet ein Gefallen, ich hab nein gesagt, was jetzt noch? Es ist nach vielen Leuten, es ist gar nichts. Ja, es ist ein Gefallen, Entschuldigung. Okay, die haben ja ein bisschen Zäune, aber von vorne und rechts und links kann man rein. Ein Verständnis. Schau mal, wir können einfache Politik fahren. Entweder ich fick dich und ich fick dich so hart, bis du mir den Gefallen gibst. Ja, dann Gabi, wenn du hochgeholtest, hol bitte den Gabi. Oh, den bitte. Tschüss. Tschüss. Einfach fünf Waffen, Bruder, auf die Schnelle, Bruder. Leute, willst du haben? Das ist ja richtig nötig, du armer. Ja, Bruder. Ich würde trotzdem gerne wissen, was hast du gerade gesagt? Wir waren schonmal hier. Genau. Wir waren schonmal hier, hat auf uns geschossen und ich glaube, dann wurdet ihr von so roten Autos erschossen. Ich bin guter Kopf, du bist böse, okay? Hebe Hände, wenn du ja. Nein, ich verstehe das nicht. Leute, ich guter, du schlechter. Ist auch so. Also wir rote Autos sind hierher gekommen und haben auf uns in eurer Hut geschossen und uns niedergeschossen. Hab ich das richtig verstanden? Genau. Und... Wann wolltest du uns das sagen? Äh, ich... Keine Ahnung. Gar nicht, mittlerweile. Gar nicht. Weil ihr habt auf uns geschossen, wie gesagt. Das heißt, du arbeitest mit Instagram zusammen? Ich arbeite mit niemandem, das habt ihr glaube ich nicht verstanden. Jungs, verteilt euch, verteilt euch. Ich will nur die Leute, die die Waffen aufziehen, hier haben. Alles gut, wie machst du denn das Lager, Bruder? Easy. Das ist ja das, was Mafia stört, dass ich mit niemandem zusammen arbeite. Na ja, du hast gerade dazugegeben, dass du mit IntiCamp zusammenarbeitest. Nein, nein, nein. Ich hab gesagt, ihr wurdet von denen erschossen. In deiner Hut und du wolltest das nicht mal erwähnen. Hm, ja, warum soll ich das erwähnen? Ihr seid mir nicht wichtig. Oh Mann. Ihr versteht das nicht, Bruder, wir haben denen nie was getan. Wir waren immer gut zu denen. Ach, du hast mir in ne Fresse geschossen. Wann? Nein, nein, nein. Das waren Leute. Sorry. Nein, aber wir haben die als Young & Wreckes da vorne nie... Warte, jetzt check ich's. Also wir haben auf euch geschossen und dann kam IntiCamp und hat auf uns geschossen. Während wir auf euch geschossen haben. Ich glaub ihr habt irgendwie ein anderes Problem mit denen. Keine Ahnung. Das ist nicht meine Sache. Das passiert hinten vorne nicht. Wenn wir auf euch geschossen haben, dann wäre IntiCamp niemals gekommen. Wir hätten euch hochgeholt, hätten unsere Männer dazu gerufen. Und alles wäre fein gewesen. Ich glaube, da ist was faul an der ganzen Geschichte. Äh, frag mal nach. Genau, frag doch nach. Oh mein Gott, dieser Gaji denkt wirklich, er wäre intelligent. Dieser Mafia denkt das auch. Ne, der Unterschied ist, ich weiß es. Ah, okay. Das ist das Lustige. Keiner ist dimmer als Gaji. Ich mal du. Dann ziehen wir hier mal dir die Maske ab. Obwohl du ihn aufgenommen hast. Ich mal du bist dimmer als Gaji. Ah, wen haben wir denn da? Weißt du, das ist Leid? Hm? Das ist auch ein Kali-Lutscher. Ich glaube, der arbeitet für die. Irgendwie sowas. Ein Fanboy. Ja, ein Fanboy von Bitcoin warst du das Wort, ja. Der hat den irgendwie sogar anscheinend gesteckt, dass wir anscheinend Waffen bei denen gekauft haben oder so. Er war Zivi. Stimmt das. Und du, weil ich dich einmal hoch abgehen lassen, Bro? Was hast du? Lass doch, lass doch jetzt. Was hast du? Hoch abgehen lassen? Hoch abgehen lassen. Warum stellst du dich so klug, wenn du ein Wort nicht erkennst, Bro? Ne, hoch abgehen lassen. Hoch gehen lassen. Ne, hoch abgehen lassen. Ich kenne das Wort aber wirklich nicht. Hoch abgehen lassen. Hoch abgehen lassen. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber du hast mich nicht hoch abgehen lassen. Das Lustige, das Lustige ist, wenn... Das Wort wirklich nicht. Was heißt hoch abgehen lassen? Er wollte wahrscheinlich sowas wie hoch nehmen und hat einfach falsch konjugiert, aber das ist das Problem. Hoch gehen lassen. Hoch abgehen lassen. Hoch abgehen lassen. Ja, hoch abgehen lassen. Ich hab dich hoch abgehen lassen. Ja, hoch abgehen lassen. Ich hab dich hoch abgehen lassen. Indem du den Schwanz von Bitcoin in den Mund genommen hast. Wow, wie schwer. Wow, wie schwer. Wie schwer. Aber warum so bad? Das war schon so lange her, Bro. Warum mad? Warum packst du die Geschichte jetzt aus? Weil du meinen Dick geradet hast, als du wieder hier in die Stadt gekommen bist. Ich hab gar nichts gespürt, Bro. Ich könnte nochmal machen. Ja, dann mach mal. Hey, ich hab 20, ich hab 20, 50er, die kann ich bei dir verkaufen. Ich spür immer noch nix, Bro. Ja, und daran merkt man, wie dumm du bist. Das ist ne Metapher, ja. Für jemand, der einfach hängt. Dein zweiter Name ist Claude Chaser. Sind wir fertig mit Deutschkurs? Deutschkurs? Oder du sprichst nicht mal richtig Französisch. Rede nicht. Falscher Franzose. Sagt Montfrey und denkt, er kann Französisch. Leute, wusstest du, dass das ein Fake Franzose ist? Wer redet da die ganze Zeit? Gashi? Nein, nein. Das ist Zizou nennt er sich. Wie Zidane. Weil er denkt, dass er dadurch Franzose wird. Ich hab nie überhaupt perfekt zu sprechen. Soll ich mal was auf seiner Sprache sagen? Ich will kassier ta gue, salopar. Oh, das verstehst du ja leider nicht. Du sprichst die Sprache nicht. Wie schade. Wie schade. Wie schade. Wieso habt ihr auf euch geschossen? Wieso macht ihr das? Das hab ich bei euch auch nicht geschossen. Ta mère, ta mère travaille pour moi, he? No, no. Toto. Si, 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 si. Si, si. Ta mère travaille pour moi. No, no. Tu es quoi ta sœur? Ta sœur et ma copine, tu veux dire quoi maintenant? Non, non. Ta sœur et ma copine. Si je veux. Si je veux cocher avec moi. Pfff! Avec toi? Avec un sale garçon comme toi? Même pas ta, ta seule ta sœur. T'as vu ma baguette? Oui, oui, oui. Ton baguette, ton petit, ton petit baguette. Peut-être ta mère. Peut-être ta mère a vu un petit baguette. Mais je crois pas. Euh... Voilà, regarde ton français. Tu ne peux même pas parler français. ich bin ich komme aus london mein name ist aber ich habe kamerunische eltern und wenn der kolonialzeit kann ich französisch aber nicht klar weiß es ein marokkaner wie du nicht oder nordafrikaner für mich ihr seid alles gleich in nordafrikaner mit eurem gebrochenen französisch sicher was besonders aber nicht auf den straßen stehen cker sind ab don cetera hat muscol prob sp chemical Ich bin dein Vater. Aber du bist Kör queda, du bist er dir. Au revoir, Papa. On se sieht, On se sieht. Du hast du, hast du compris. Du hast du compris, hast du compris. Au revoir, mein répondre. Au revoir, meinermoid. Au revoir, Papa. Ich werde niquer unsere Familie, ich werde niquer. Du hast du nicht meine Familie? Ich werde niquer unsere Familie. Ich werde niquer unsere Familie. Ne, 2-3 denn ich? Nein. Ich muss in zwei Jahren alle zu Hause kommen. In zwei Jahren in zwei Jahren, ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Da hab ich noch nicht. Ich der Herr, doch bitte. Bitte! Ich will doch auch die Familie, aber bitte. Das ist ein Witz! Das ist ein Witz bitte! Ja ja alles gut. Ich bin dran, die zwei Wochen fixiert sind. Ich will das fouränzen sein, aber ich... Wenn du Mann바 plugins herunterlaub году hat nicht im Sinn die Die Musik Die Musik Die Musik Die Musik Die Musik Ich wurde im Laufe desağıdauchs Enjoy Jelly 완 En Crystal Escambi Amen W landsch os Entend Sven Hey Ich will Ich dein Ge Craino Ja Du Ich Vielen Dank.